Ich heiße Martin Kempchen, ich bin gebürtiger Bopparder und bin im Augenblick auch in Boppard, wohne aber die letzten Jahrzehnte in Indien und komme aber regelmäßig nach Boppard zurück. Ich freue mich, dass Niko Neuser sich für das Amt des Bopparder Bürgermeisters bewirbt. Ich kenne ihn seit einigen Jahren und habe ihn letztes Jahr besonders vorteilhaft und gut kennengelernt, als die indische Botschafterin aus Berlin kam, um in Boppard Station zu machen. Niko Neuser hat dann der Botschafterin Boppard gezeigt, über Boppard informiert und das auf eine charmante und sehr weltmännische, intelligente Weise getan, dass ich sehr beeindruckt war. Er weiß also auch Boppard in der großen Welt international vorzustellen und das ist, glaube ich, auch wichtig für Boppard, wenn ein Bürgermeister sich auch nicht nur lokal, sondern auch in der gesamten Welt gut darstellen kann. Ich möchte, dass er gewählt wird und freue mich, ihn bald als Bürgermeister begrüßen zu können. Dankeschön.